Moin, wir sind Mr. Moustache und wir spielen am 08.07. im Lux als Supportband für Denmann Ciao. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann holt euch jetzt zwei Vorverkaufskarten direkt bei uns. Aber warum denn? Gute Frage. Denn bei uns gibt es für zwei Vorverkaufskarten ein Gratisshirt dazu. Gratis. Umsonst. Geil!